Weiter geht's mit Warhammer 40k Space Marine Nummer 2 und Ultramarine Tidus. Adriel und den lieben Kyron. Kyron? 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 Nein, Kyron war's, ne? So. Ey, warum darf ich nicht rennen? Wer ist er hier? Hast du Waffen für mich? Nö. Wie sieht's aus, Jungs, Mädels? Ja, nein, vielleicht? Oh, jetzt muss ich mein Mikrofon mal richtig machen, ja. Erzählt mir mal, wie läuft die Schlacht? Sieht nicht gut aus, bin ich ehrlich. Sieht nicht gut aus. Oh, Junge, ist das ein schöner Anblick. Gibt's hier einen Fotomodus? Ne, ne? Ja, gibt's einen. Oh, okay, wie blende ich das aus? Wie blende ich das aus? Oh, das ist doch geil, oder? Das ist doch ein geiles Bild. Oh, diese, allein die Massen an Gegnern, ne? Beide Witzker. Geil. Okay. Es gibt also einen Fotomodus. Weitere Feinde aus dem Osten. Das ist nicht gut. Wir werden die Ostflanke verstärken. Du, begleite ihn. Wir werden die Verteidigung unterstützen. So, nämlich, hilf dem Astra Militarum. Na klar. Oh, ja. Ist das geil. Okay, machen wir ein Wettbewerb draus. Wir können da gerne ein Wettbewerb draus machen. Ich bin da nicht so, ne? Fähigkeit. Rechenschaft nach Zorn. Rechenschaft nach Zorn. Drücke Y in den Wurf. Gucken wir es mal zugehen. Wutmodus? Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Ultramars. Das ist der Wutmodus? Okay. Exekutieren. Ja, habe ich schon so drauf gemacht. Oh mein Gott, der zerquetscht in den Geschädel. Mein Lord, wir haben berichtet, dass sich mehrere Schwärme nähern. Wo? Sagen Sie uns wo? Ich schicke die Koordinaten an ihr Auspäx. Ja, wo? Hä? Ach da. Versammeln. Okay, alles gleich. Ja, gib mir mehr Gegner. Ja. Ja. Aber klar doch. Was haben wir hier? Habe ich Nades? Ne, habe ich nicht. Doch, habe ich. Friendly Fire, Jungs. Wo willst du ran? Wo willst du ran? An mir weißt du nicht. Oh mein Gott, schwöre ich dir aber. Los, Jungs. Schickt sie in die Hölle. Oh, da kommen noch ein paar. Jawohl. Das ist genau mein Spiel, ne? Oh, die Dicken kommt. Na, hör mal auf damit. Ich lass nicht an mir rumpummen. Oh, geil. Weg mit dem jetzt, aber komm. So, weg mit dem. Jawohl. Erwischt. Nein, da, komm her. Ich exekutiere dich. Komm, komm, komm. Oh, geil. So. Schieß, schieß, schieß. Oh, Kairo-Naut-Bock. Das ist ja Friendly Fire, ne, ne? Was willst du denn? Oh ja, da geht das, ja. Gegner mengen, her damit. Jawohl, gib her. Jawohl. Geil. Ist das geil, irgendwie. Gib mir mehr davon. Mehr Gegner, bitte. Komm. Ah, gefällt euch das? Er schießt ihn ja auf mich. Ach da. Ach, da. Das ist noch ein Dicker. Den will ich machen, den will ich machen, den will ich machen. Exekutieren. Komm her, komm zu Papa. Jawohl. So, nämlich. Was haben wir hier? Munition, Munition. Ja, dann mach mal schnell. Granaten sind gut. Jawohl. Können wir hier hoch? Nee. Schöner Treffer. Alle in der Basis verdanken Ihnen ihr Leben, werte Leute. Ich hab da gar nicht viel gemacht. Wir müssen durch den Dschungel, um zu den Orbitalabwehrwaffen zu gelangen. Bruder Lirio, helfen Sie den Kardianern mit neuen Verteidigungslinien und erstatten Sie Bericht. Ja, Leutnant. Es wird nicht lange dauern. Gut. Schön aufgeteilt, die Truppen. Alles klärchen. Was haben wir hier? Die Orbitalkanonen sind hinter dem Sumpf. Was ist das? Nehmt euch in Acht. Kettenschwert. Die Tyraniden liegen auf der Lauer. Hm, was haben wir hier? Das hab ich alles schon, ne? Das muss der Ursprungsort des Schwarmes sein. Überall ihre widerlichen Hüllen. Öch, sehr widerlich. Widerliche organische Maschinen. Ja, ihre Schiffe, die Potts, alles. Ihre bloße Existenz ist Heresie. Heute werden wir so weit in der Nacht in Bewegung bleiben. Komm her. Oh, so einer ist da. Du bist ein Krabbler bist du, also alles klar. Dann krabbel mal rum, aber nicht mit mir hier. Wo ist er? Jawohl. Ah, Hordenmengen Gegner. So will ich das haben. Jawohl. So, durchschnetzeln hier. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warte mal kurz, warte mal kurz. Oh, warte mal kurz. Oh, oh. So, da oben hin. Jawohl. Und weg mit dem. Wo ist der? Komm her. Ich mach' ich weg. Jawohl. Schön auf den Kopf laufen. Schön das Köpfchen weg. Schön, schön, schön. Haben wir noch viele hier? Nee, ne? Ach doch, da kommen welche. Ich treff' ja gar nichts. Das ist nicht so gut. Nicht gut. Und Feuer. Oh, da kommen wir, Dicke. Nee, dafür bin ich zu gut. Exekutieren, komm her. Ja, mach die Kettensäger an. Ist das geil oder ist das geil hier wirklich? So. So. Imperator, schütze uns. Interagieren, schnell, schnell, schnell. Ich hab' nur eine Waffe auf. Ja, was willst du machen? Das ist korrekt, es sind viele Feinde. Okay, was ist das für einer? Oh, sie sind auch noch schlau. Ich hab' die Zunge gleich mal scheiße. Ah, hör' auf. So ist das hier, also. Okay. Verstehe. Aua. Nicht nett. Ach. Das ist doch eine Waffe. Okay, aber ich hab' keine Munition mehr für die andere, das ist schlecht. Dann war's jetzt, oder wer noch wer, ja? Oh ja. Hier sind noch ein paar mehr. Ach, was sind das für... Die Viecher sind wirklich ekelhaft. Sag' ich ehrlich. Die sind widerlich. Na, komm, weg mit dir. Oh, ist denn so neugierig? Ich weiß nicht, ob das eine Ehre ist. So, ich brauch' Munition ganz dringend. Ja, 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 ja. Her damit. So. Okay, wollen wir? Ne, warte, was? Ja. Wollen wir mal weiter. Ist das hier der richtige Weg? Ey, da wo die Feinde sind, komm, ist mal richtig. Jawohl. Oh, steht von der anderen Seite auch noch. Ehrlich jetzt? Ja. Ich hör' schon die Kettensäge. Oh mein Gott. Aber die Viecher sind ekelhaft. So. Ich komm' rein, Jungs, wartet. Guck mal, was ist mit dir da hinter mir? Was ist mit dir? Was willst du, hä? Wo ist der? Weg mit dir. Wer schießt hier noch auf mich? Ist nicht geil, dass die so einen Nahkampftypen auch haben. Mach' ihn weg. Exekutieren, exekutieren. Jawohl. So. Okay, die Nahkampftypen machen es einen echt nicht einfach. Ist hier irgendwo Munition? Hm. Ist das hier Munition? Nee, leider nicht. Schade, okay. Gut, dann halt nicht. Ja, der Titus, der war früher eine Deathwatch. Krasser Typ ist er. Na los, interagieren. Cool, hallo. Und bam. So. Ähm. Am Ufer des Flusses ist ein Bunker. Schlagen wir uns dorthin durch. Ach so, okay, dann zum Bunker. Aber wir verschieben kostbare Zeit. Wir müssen... Strategie ist wichtiger als Eile. Unämlich. Zu Befehl. Ist hier irgendwas versteckt? Käpt'n Ackeran hat uns neue Befehle erteilt. Ihr müsst allein weitermachen. Verstanden. Danke, Rio. Stalker-Bolt-Gewehr. Wir sind jetzt für resilient. Klingt gut, klingt gut. Leider ist es halb tot. Das ist auch nicht so gut. Oh, das ist eine geile Waffe. What the fuck? Oh, die ist hübsch. Oh ja, die mag ich. Die ist sehr geil. Die ist sehr cool. Ey, Beut, bist du da? Brauchen wir nicht. Munition brauche ich. An die Arbeit. Waffe markiert. Ey, wie kann ich jetzt? Okay, so wechsel ich Waffe. Granaten, gut. Sehr schön. Weiter geht's, Jungs. Ist das, was wir sicher müssen? Okay. Das sind die. Alles klar. Was ist mit dir? Oh, habe ich den Kopf abgeschossen? Oh. Ne, kommt her. Wir sollten mal was anders. Und her damit. Jawohl. Kommt noch mehr, noch mehr. Geil. Kommt her. Jawohl. Und weg mit euch. Jawohl. Kommt ran. Jawohl. Warte mal kurz. Oh, ein bisschen explodieren lassen hier. So. Yeah. Nur auf den Kopf ziehen von hinten. Ey, wo ist das? Ey, was war das denn? Ey, der schießt hier auf mich. Der Frechdax. Ah, komm, da gehen wir rüber jetzt. Mir egal. Was ist mit dem hier? Kommt der her? Exekutieren, exekutieren. Ui. Ui. Hmm. Komm her. Weg mit dir, komm. Und. Sehr schön. Haben wir es jetzt, ja, ne? Ich brauche dringend Leben, ey. Hier regeneriert nochmal Leben. Aufgefüllt. Aufgefüllt. Frechdax. Haben wir alle jetzt? Ja, ne? Was? Okay, der lebt noch. Ah, er macht das schon. Oh, yeah. Geil. Sehr schön. Weiter geht's. Oh, ich bin halb tot, ne? Muss ganz schnell Leben regenerieren. Ah, moin, Jungs. Grüßchen. Wir sind gerettet. Na, gerettet weiß ich nicht. Aber. Ihr habt jetzt eine Chance zu gewinnen. So nämlich. Ah, Stims hatte ich noch. Hab ich keine mehr. Was? Wie, kommen die da jetzt raus? Los. Zeigt mir die Horden an Gegnern. Hopp, hopp. Ist das hier hinter, oder? Oh, nee, da hinten. Da geh ich rein, da geh ich rein. Achso, nee. Los, 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 los. Los. Und weg mit den Viechern. Haben wir sie alle erwischt, ne? Oh, mein Gott, die klettern da hoch. Los. Dezimieren. Weiter. Ich brauche eine andere Waffe. Was habe ich hier? Ich brauche eine andere Waffe. Was ist das hier? Was ist das hier? Schwerer Ball. Was ist das? Oh, ne Minigun. Geil. Holy shit. Geil. Hey. Ist das geil. Och, nö. Überladen, ne? Okay, Sekunde. Reinreiten. Los, halt rein. Was wollt ihr denn, ja? Weg mit dir, habe ich gesagt. Weg. Boah, es sind so viele. Geil. Ja, schön. Ich bräuchte ein bisschen mehr Munition, tatsächlich. Was willst du denn von mir? Exekutieren, weg. Das ist eine geile Mission, ey. Einfach Porden an Gegner, wie ich das liebe, ne? Da bin ich richtig dabei. So, weg mit euch. Weg mit dem Kopf von dir. Komm her. Haben wir sie jetzt? Ja, ne? Ihr da oben, ne? Ihr kleine Frechdachse, wirklich. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, da kommt noch mehr. Schnell, schnell, schnell. Nein, schwierig. Wir müssen uns auf das Schwarm Schiff konzentrieren. Oh mein. Aber schnell, bitte. So. Einfach schießen. Oh shit, falscher Knopf. Das war dumm von mir. Er hat noch gar nichts gesehen. Shit, falscher Knopf von mir. Das war dumm. Oh, ist das übel. Heidewitzke ist das am Knallen hier. Ja, schön. Sehr schön. Geil. Ich bin verliebt in das Spiel. Wirklich. Ich bin einfach verliebt. Was soll ich sagen? Es knallt einfach. Geil. Würde es jetzt nicht noch so lange laden, wäre es noch schöner. Aber einfach diese Nates da reinwirfen und einfach reinballern auf die Orden, die sich so aufstapeln, um nach oben zu kommen, ist das. Das macht schon Spaß. Major Sarkana. Ich höre. Wir haben einen ihrer Trupps getroffen. Mhm. Danke, mein Lord. Ich werde Ihnen neue Befehle erteilen. Oh. Junge, ist das hier übel. Alles verbissen. Der Weg ist frei. Bewegung. Ich weiß nicht, ob der so frei ist. Was für ein Gemetzel. Es gibt keine Entschuldigung für Feige. Ich brauche die Waffe. Ey, was ist? Der reagiert ein bisschen cool. Was ist das hier? Kampfmesser. Nee, ich bleibe bei meinem Ding. Oh. Junge. Ist das hier viel Blut. Heide, Witzker. Okay, wir müssen uns jetzt hier durchschlagen. Bleibt ja nicht anders übrig, ne? Oh. Oh. Hm. So viel Blut. So viel Tote. Hm. Lecker, 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 lecker. Da fühlt man sich doch gleich viel wohler hier, ne? Okay. Habe ich eine andere Wahl als hier lang? Nope. Machen wir da Türchen auf. Selbst hier liegen noch Leichen. Ist hier was hinter? Nee, ne? Hm. Schade. So. Sieht aber sehr ruhig hier aus, oder? Oh, oh. Kampfschwer haben wir schon. Haben wir schon, wie man ihn schwer erkennen kann. Ja, kommt her, kommt her. Kommt her. Geil. Komm her. Jawohl. Und kommt weg. Geil. Oh, yeah. Kommt ran, kommt ran. Nee. So. Da war dann eine schöne kleine Interaktion mit den Gegnern. Next, please. Oh, noch mehr von euch. Das ist aber schön. Oh, ja. Ah, Reste kloppen hier. Wupp. Ich muss rein hier. Bam. Was ist die kurz hier? Hm? Da können wir auch. Komm, komm mal her. Bam. Shit, sind die da oben? Das ist ärgerlich. Hoppala. Wupp. Und tschüss. Schießt denn hier noch so nervig? Oh, Morden an Gegnern. Oh, hab ich dich abgefangen? Ja, komm. Das ist das Stumpf-Action, ne? Sehr geil. Hier können wir nicht lang. Nope. Ich wiederhole. Warte auf Angriffsbefehl. Captain Iden. Hören Sie mich. Hier spricht Leutnant Titus. Identifizieren Sie sich. Captain Iden, Sir. Langstreckenkommunikation wurde beschädigt. Aha. Sie müssen in der Nähe sein. Halten Sie durch, Captain. Wir sind auf dem Weg. Ich quere die Basis. Aber klar noch. Bip, bip, bip. Bip. Oh, das sieht nach dem Fall aus. Geil. Ich stehe auf Fallen. Hui. Ich komme zu dir nach oben. Warte mal kurz. Ich komme sofort. Warte doch mal kurz. Warte mal hier. Jawohl. Oh, nochmal von dir. Und, okay, wisst ihr was? So. Weg mit dir. Exekutieren. Noch irgendjemand hier? Oh, das sind ein paar Gegner, ne? Was kommt mal her? Ne, ne, so machen wir das hier nicht. Und weg. Oh, das sind wir alle hier, ne? Ne, da ist noch einer. Munition gesichert. Also Munition ist wirklich in der Mangelware hier manchmal, ne? Hui. Er schießt die auf mich. Geprächtachs. Habe ich nicht abgefangen. Sollt ihr von hinten kommen? So ein Penner. Äh, give in hell. So. Schnell weiter. Mach den weg, komm. Dann mache ich das. Exekutieren. Bam. Oh. In die Knieke, oder was? Oh. Ganz unangenehm. Da ist noch einer. Ja, komm doch mal her. Komm doch mal ran. Wenn doch nicht weg, komm hier. Komm so ran, komm so ran. Weißt du was, komm hier. Brauch die Kettensäge drauf. Zack. Uh. Stimms. Stimms kann man immer gebrauchen. Und ein paar Nades gehen auch immer. So. Peng, peng, peng. Oh ja, komm noch mehr. Noch mehr Mengen. Geil. Noch mehr Horden. Oh Gott, einfach nur draufhalten. Wie viele das einfach waren, ne? Junge. Munition gesichert. Wir drüben, Brüder. Nein, falscher Knopf. Okay. Ich brauche dringend eine bessere Waffe. Links, rechts, links, rechts. So. Was haben wir hier? Interagieren. Piep. Ah, ein Türchen geht auf. Das ist gut. Hier sieht es immer sehr gut. Läuft bisher ganz gut. Scheinbar nicht. Noch nicht. schon dabei. Was haben wir hier? Nein. Was ist das hier? Boltgewehr? Ja, warum nicht? Sturmboldgewehr. Klingt interessant. Ja, doch. Oh, warte mal. Das ist für Fernkämpfe, ja, ne? Ja, komm, was soll's. Mission ist voll. Wir gehen jetzt. In den Krieg. Oh, was hinter der Tür war, ne? Ei, 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 ei. Achso, oh, moin Jungs. Herr Riechen. Herr Riechen. Captain Iden. Ich hab befürchtet, sie wären tot. Was ist das denn? Noch nicht, Sir. Das ist leider. Sie sind zäher als Groxleder. Hm. Ich nehme das als Kompliment. Iden. Wir müssen die Orbitalkanonen zurückerobern. Das ist richtig. Meine Panzer sind einsatzbereit. Panzer? Erledigen Sie das, Captain. Jawohl. Sie werden den kardianischen Zorn spüren. Gut. Panzer klingt gut. Geil. Oh, ja. Mach steht in den Panzer. Geil. Psst. Imperator, schütze uns. Jawohl. Soldat. Ehrt euren Imperator. So nämlich. Mit Vergnügen, mein Ohr. Da bin ich reinballern, lächerlich. Wie so ein Schwan in Matrix 3. Das verdammte Tor ist im Weg. Dann entfernen wir es. Richtig. Die Steuerung muss hier sein. Soldaten, macht eure Arbeit. Feuer. Die Steuerung ist in dem Tor. Nutzt sie. Wo ist das Tor? Ach, da hinten ist. Oh, Junge. Feuer. 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 Jetzt kommt der 3. Ist mir egal. So. Nochmal von den Tüchern kommen. Oh, solche Leute. Das ist ein Frechdachs. Das ist ein Frechdachs. Das ist ein Frechdachs. Ja, das ist ein Frechdachs. Hast du schon mal kaputt gemacht. Sehr gut. Ja, nee. Ich komme mal her. Gerade. Müssen wir hier irgendwas machen oder müssen wir hochgehen? Hier hoch, oder? Ah, ja. Okay. Frech. Ihr und eure Waffen, ne? So frech. Kommt her. Bam. Ui. Ist so geil, wirklich. Das macht so viel Spaß. Das ist stumpfe Action. Oh ja, mehr von euch. Geil. Jawohl. Jawohl. Gib mir mehr davon. Noch mehr von dir. Komm, jawohl. Na, dich hab ich gleich auch. Und tschüss. Boah, das Exekutieren ist sehr brutal. Da haben wir hier. Bolt-Karabiner. Gummolt-Gewärme schon, oder? Bolt-Karabiner klingt auch gut. Denkst sehr gut. Okay. Munition auffüllen. Weiter. Machen wir das Türchen auf. Das Tor öffnet sich. Trupp, bewegt eure lumpigen Hintern durch das Tor. So nämlich. Lumping Hintern. Zu Befehl, Leutnant. Wo dürfen wir raus? In Teilen, okay. Wo wollt ihr denn hin, ne? Wo wollt ihr denn hin? Bleibt mal schön bei mir. Ich brauche ein bisschen Gesellschaft von den Monstern hier. Oh, kommt mal her hier. Hui. So. Jawohl. Schön mit dem Panzer draufhalten. Hängen. Haben wir Nades hier? Das ist mal gut. Oh ja, geil. Noch mehr von denen. Oh, noch mehr von denen. Exekutieren. Oh, jawohl. Bam. Das hat echt wie Gears of War ein Brutaler, ne? Hey, du wärst nicht was soll das. Hör auf damit. Und der letzte. Hoffentlich. Weiter marschieren. Noch einer von denen, ja. In deiner kleinen Umdekorierung sollte es schneller gehen, mein Gott. Was für eine Dekorierung? Was habt ihr vor? Sie werden es bereuen, sich abzuregimentlich geht. Oh, mein Gott. Aufhalten. Das ist echt die Matrix. Oh. Bam. Geil. Ich habe noch Nades nerven nicht. Was ist das? Spaß ist das? Ach so. Moment mal kurz. Naja, Sekunde. Das ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott. Für den Primarchen. Für den Primarchen, genau. Für den Imperator. Ach so. Bam. Wo ist der? Rex Vieh. Hör auf damit. Komm her. Rex die Plotieren. Jawohl. Pack ihn am Schwanz. Bam. Jawohl. Jawohl mit der Faust. Junge, Junge. Das war ganz schön brutal. Wo müssen wir hin jetzt? Wie voll der ist. Gut. Da kommt sie auch schon. Sehr gut. Ich mag die. Da bitte ich doch darum. Hm. Das Schwarmbewusstsein. Die mächtige Schwarmintelligenz der Tyraniden. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Major. Die Waffen wurden komplett entladen. Es wird eine Weile dauern, den Maschinenkreis zu wecken. Beeilung. Die Tyraniden werden alles tun, um die Anlage zu vernichten. Hier ist Major Sarkana. Schickt den zweiten und dritten Zug sofort zu den Orbitalkanonen. Oh. Verstanden, Sir. Zeigen wir diesen Bastarden, was das Achter alles drauf hat. Für Kadia. Ich mag die Frau wirklich. Oh shit, die schicken alles dahin. Los, los, los. Bereit. Alles klar. Planetare Verteidigungsbasis. Ach du Scheiße. Wir müssen so einiges errichten. Meine Truppen sind in Verteidigungsposition. Sie halten die Stellung. Die Feinde werden versuchen, die Mauern zu erklimmen. Das darf nicht passieren. Ich werde es nicht zulassen. So nämlich. Verteidige die Anlage. Verteidige die Anlage. Das war ein bisschen früh von mir geweint. Gibt es hier Maschinen oder so? Ne, ne? Ah ja. Schickt wahrscheinlich nicht. Das war ein bisschen durchbrochen. Konzentriertes Feuer. Zögert nicht. Los, draufhalten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das fährt jetzt nicht gut. Oh mein Gott. Oh, ich trinkt eine bessere Waffe. Aufhalten. Gibt es dir keine bessere Waffe? Oh, der Arm ist runtergefallen. Oh, Junge. Ich muss nachladen. Aufhalten. Auch im Koop wäre das deutlich einfacher. Man könnte es besser koordinieren. Die Orbital-Thanonen funktionieren, aber das Zielsystem hat eine Störung. Na, wunderbar. Es muss manuell zurückgesetzt werden. Verstanden. Brüder, beeilen wir uns. Wo ist das Zielsystem? Da hinten. Jungs, ich verlasse euch. Ne, viel Spaß noch. Wechsle Magazin. Was haben wir hier? Nades? Oh, gut. Und Munition. Das geht immer. Die Mucke ist so geil. Das ist eine richtig geile Atmosphäre. Wo muss ich hin? Hier runter? Scheinbar. Wie viele Leute draufschießen. Nades hageln. Bam, bam, bam. Weg mit dir. Exikultieren. Bei den Massen angeht, man kann's nur gar nicht ziehen, ne? Müsst euch schon ein bisschen wehren, Jungs. Was, was ist mit euch? Mensch. Weiter geht's. Hier rein, ja, ne? Ist das hier richtig? Oh ja, okay. Sehr gut. Das hoffe ich doch. Imperator, schütze euch. Sturmbeutgewehr. Ah, der Granatwärter ist aber schon geil, ne? Ne, ne, den behalten wir mal. Ne, 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 ne. Ist so eine geile Atmosphäre. Oh, fast. Och, nö. Ey, wir machen, was getan werden muss, ne? Was sehe ich? Achso. Was ist das? Okay. Dann halt dich mal gedrückt, ne? Jawohl. Lass das Rad drehen. Hop, 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 und? Fertig. Eins von vier. Schnell, schnell, schnell. Bevor die Erde hochgekrabbelt kommen. Ich glaube nicht, dass wir viel Zeit bekommen. Links, links, links kommt was. Links kommt was. Jungs, links kommt was. Komm, komm, komm. Sehr schön. Sehr gut, Jungs. Nummer zwei. Mach den weg. Dann mach ich ihn halt weg. Oh, warte mal, warte mal. Komm mal. Weg mit dem Vieh. Erwischt. Los, drehen, drehen. Ich glaube, jetzt haben wir gerade kurz Zeit. Äh, oder auch nicht. Jungs, hallo. Oh, okay. Die NPC sind ein bisschen dumm. Ich stehe in deiner Schuld. Oh, es macht die weg. Ich muss mich hier konzentrieren. Hinter dir ist noch ein K.O. Typ. Mach den weg. Ah, nein. Schwierigkeit. Okay, das ist nicht einfach. Okay, das ist Nummer zwei. Äh, drei. Äh, äh, hallo? Einer noch. Okay. Wie willst du denn von mir, im kleinen Drecksvieh? Na, was wollt ihr denn? So nicht hier, so nicht. Na, na, na. So geht das aber nicht hier, ne? Ah, ah, ah. Bereit für Spezial-Taktik. Boah, ihr müsst mir ein bisschen Rücken decken. Mach das für ein Geld. Sehr gut, das ist vier von vier. Wir haben's. Oh, nein. Ja, ja. Los, los, los. Junge, das ist aber auch eine knackige Mission, ja. Null Schuss. Das ist nicht gut. Was für ein Geräusch. Lass mich raus. Wohin? Hier runter, aber noch was. Was ist das? Was ist das? Granatwäffer. Ja, haben wir schon, haben wir schon. Aha. Drecksviecher, weg mit euch. Weg mit euch. So, nämlich. Ah, Füll-Imperator. Recht lachs. Lass ihm eine Ruhe hier, muss aufladen. Haben wir's geschafft, oder? Wechsel-Magazin. Oh mein Gott. Ei, 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 ei. Antenne C. Was ist denn C? Oh nein, die trifft nicht. Egal. Oh mein Gott, die knabbern wieder rum an meiner Antenne. Ja. Ist nicht so einfach. Ach, diese Viecher hier. Oh mein Gott, okay, das war's gleich für mich. Das war's gleich für mich. Oh, Junge, ist das eng hier. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich lebe das nicht mehr lange. Die auch noch, ach so. Jungs, schnell, hol mich mal ab. Fuck, ist das schwer, ey. Na komm. Das ist nicht so einfach. Okay, Drecksviecher zischt mal ab, ja. So. Die hole ich mir, die kleinen Drecksviecher her. So. Ja, los, draufhalten. Boah, ist das eng hier. Hör doch auf. Da bin ich tot. Oh shit. Ey, das ist richtig schwer. Holy shit, das ist ja richtig übel. Damn. Da bin ich die Platkonferen. Wir. IchTsä.